so hallo zusammen ich bin es mal wieder und ja willkommen zu einem so nicht ganz geplanten video ihr hört ich bin noch etwas erkältet aber ich denke mal an sich soll das passen ich hoffe ich werde hier nicht zu viele leute irgendwie nerven ja das video ist sehr unerwartet und die meisten werden sich denken wovon redet der eigentlich ich versuche es so zu erklären dass es irgendwie sinn machen dass das video relativ kurz bleibt wie ihr wahrscheinlich wisst ist dieser begriff kreis portal eu nicht nur in dem sinne mein markenzeichen was twitch oder youtube angeht sondern eigentlich ist es ja der website titel beziehungsweise der blog titel und ich habe jetzt seit 2013 einen blog laufen der hat genauso heiß als portal eu und das ganze ist damals entstanden dass eine ww gildenseite umgebaut worden ist und ich gemerkt habe irgendwie ich will das also ich habe das ganze gemacht und habe gemerkt ja ich möchte es aber ein bisschen umändern und über die jahre ist dann eben blog entstanden dieser ist 2013 gelauncht worden und da sind sehr viele beiträge jetzt letztlich über die sechs jahre vorhanden aber es ist eben so dass die seite sehr überfrachtet war teilweise und sie ist teilweise auch langsam gewesen und es ist immer ein bisschen schwierig gewesen denn ich hatte nie den kompletten zugriff drauf das lief immer über ein bekannten der sich darum gekümmert hat der nette carsten und dem habe ich dann die ehrlich dann paar also paar 50 euro überwiesen für seine arbeit und dadurch dass der server läuft und so weiter dass er sich darum kümmert und schon seit einiger zeit möchte ich aber eigentlich da dass es eigentlich geändert wird das heißt dass die kontrolle komplett bei mir liegt und jetzt ist eben so dass es zu gewissen schwierigkeiten gekommen ist gerade die das unternehmen was dafür zuständig ist hat die preise verändert und so weiter und so fort und ja und jetzt wurde ich auch darauf hingewiesen hat die motto ja tobi das und das funktioniert gerade nicht und die und ich schwierigkeiten und da ich mir gedacht okay du findest dass die seite so relativ überlastet ist also sie ist einfach überladen das design an sich hat mir auch nicht mehr so gefallen und ich finde einfach als es viel zu viel blödsinn der da teilweise steht und den man sowieso nicht mehr lesen wird weil weiß ich nicht klar wildstar artikel wird man nicht mehr so oft finden im internet aber es gibt eben auch so spiele die mich null interessieren wo ich einen beitrag zugeschrieben habe und die überhaupt keine rolle spielen und deswegen habe ich dann überlegt okay falls das problem mit der website anhalten würde und ich hatte eben noch eine zweite website beziehungsweise einen zweiten blog der hieß tobias pütter.eu und der war eigentlich für politische themen aber ich habe die letzten jahre trotzdem relativ wenig darauf geschrieben aber das ding ist bei dem zweiten blog läuft das ganze über one.com und da habe ich sehr gute erfahrungen mitgemacht und finde auch dass ich dann viel besser durch aufgestellt bin und da habe ich überlegt okay dann da macht doch jetzt schon mal so eine art backup du machst einfach so wenn man so möchte kitespottens eu 2.0 und falls es dazu kommen sollte so der worst case dann machst du kompletten neu anfang und nimmst wirklich nur ganz wenige beiträge von früher noch mit rein die wirklich irgendwie zentral sind also zum beispiel meine serienliste oder wie ich gerade gesagt habe zum beispiel zu wildstar ein spiel was es gar nicht mehr gibt was einfach so nostalgie ist das sind so beiträge die möchte man irgendwie aufbewahren oder auch zu meinen zu meinen haustieren und genau diesen reboot habe ich dann letztlich jetzt die letzten zwei tage irgendwie durchgeführt habe das relativ schnell alles gemacht weil es ja eigentlich eher so als backup gedacht war aber bin da auch relativ zufrieden mit natürlich wird es noch ein bisschen verändert aber im großen ganzen gefällt es mir ganz gut ich finde es sieht mehr nach blog aus es ist viel jetzt schon viel übersichtlicher und ich werde es noch weiter entschlacken und ich bin der meinung dass es eigentlich auch mal gut tut so wirklich komplett neu anzufangen beziehungsweise einen soften reboot oder eher einen harten reboot durchzuführen weil ich weiß nicht ob er das versteht aber irgendwann denkt man auch was will der blog eigentlich nur aussagen das ist alles ein durcheinander klar man kann die kategorien durchgehen aber auch mit den kategorien das habe ich damals alles etwas anders gemacht und ich bin mit der jetzigen version sehr zufrieden und ich glaube auch dass das wirklich eine ordentliche sache werden kann schön ist auch dass leute beiträge schreiben können ohne dass man sich registrieren muss das finde ich persönlich gut also commons die muss ich halt nur freigeben oder das ist ja nicht so das problem da gibt ihr einfach nur ja ein nickname an zum beispiel keine ahnung superheld 74 dann eure e-mail-adresse die e-mail-adresse wird allerdings nicht angezeigt die kann nur ich als inhaber sehen und satz dann könnt ihr dann beitrag dazu verfassen also kommentar schreiben also kurz gesagt ich glaube dass diese ungeplante neustrukturierung echt gut tut ich bin jetzt dabei das auch alles umzumodeln das heißt dass auch auf twitch dann der richtige link steht dass es noch mal einen info beitrag gibt wo das alles noch mal kurz erläutert wird da wird auch hier dieses video einfach dann verlinkt und ich glaube auch dass mir das dass mir das eine gewisse motivation auch wieder bringt denn die letzten wochen war es echt so dass ich nicht immer oft zu hause war und als ich zu hause war ich wollte nicht wirklich streamen ich wollte nicht wirklich youtube machen ich hatte nicht wirklich gaming mäßig oder irgendwie website mäßig auf irgendwas lust und dieser diese ungeplante neustrukturierung die die hat jetzt irgendwie wieder so wirklich kräfte bei mir freigesetzt und so freue ich mich zum beispiel jetzt auch nächste woche auf 8.2 in wo w ich spiele ja sehr begeistert gerade wo w classic die beta und wulsen kommt es auch nächste woche also es wird die nächsten tage wieder interessanter werden und gerade wenn du jetzt sowieso wieder so eine art neue website oder 2.0 irgendwie launcht dann macht das ganze irgendwie noch mehr spaß das ding ist das ist jetzt schon gelauncht das ganze läuft über die domain tobias pütter.eu es wäre schön dass ich die alte domain irgendwie rüberholen könnte also die die bezeichnung dass es kaltz portal eu wieder ist das werden wir sehen das ist aber jetzt gerade nicht die hauptbrio also wenn ihr meint den content den möchte ich weiterhin gerne supporten dann möchte ich gerne mir die beiträge und zu durchlesen dann geht ab jetzt auf https doppelpunkt doppelt slash tobias pütter.eu ich werde es noch mal verlinken und das ist in dem sind jetzt der neue blog und ich bin gespannt was die zukunft bringt manchmal muss man einfach ins kalte wasser geschmissen werden um auch so ein bisschen aus dem trott rauszukommen und ich glaube auch dass das irgendwie auch so für fürs content createn also für die erstellung von inhalten extrem hilfreich ausfallen kann ich bin zwar immer ein bisschen erkältet aber ihr merkt ich bin trotzdem jetzt echt motiviert und in diesem sinne jetzt wisst ihr bescheid also kaltz portal eu ist in dem sinne geschichte und der reboot der neue anfang die neue umstrukturierung wie man das auch nennen möchte läuft es über tobias pütter.eu ich werde es auch überall so verlinken dass man es versteht und ähm ja ich würde mich darüber freuen dass ihr mich auf diesem weg begleitet und gerade wenn ihr früher vielleicht gedacht habt oh jetzt muss ich mich erst registrieren um kommentar schreiben zu können macht es einfach es ist wirklich easy as fuck und ähm ich muss nur freigeben und ich freue mich über jeglichen support ob das jetzt auf twitch ist auf youtube oder auf dem blog ich finde es immer cool wenn ich merke den leuten macht das irgendwie spaß und würde mich sehr darüber freuen wenn ihr diesen weg diesen neuen kaltz portal eu weg weiterhin mitgehen würdet es ist noch nicht alles fertig ist es gerade eine in der neu strukturierung oder umstrukturierung ihr werdet merken dass der dass der der neue blog sehr viel entschlackter aufgebaut sein wird es gibt ganze spiele die ich eigentlich nie gespielt habe die fliegen einfach raus die kategorie wird komplett gelöscht da habe ich gar keinen bock draus und spiele ernst und da habe ich ein video zu gemacht okay dann dann packt man das unter other games und fertig aber nicht mehr eine ganze kategorie dafür und das wird es bei vielen spielen so sein spiele die ich definitiv nie wieder anfassen werde zumindest nicht so dass man da wirklich zu viel zu zu aufnehmen wird oder zu streamen wird oder eben zu schreiben wird die haben keine kategorie verdient und da ich würde sich das ganze eben entschlacken und das ist glaube ich auch für die übersichtigkeit genau das richtige von daher bitte bleibt am ball ich glaube das wird eine gute sache und das wird sich nach und nach dann alles glaube ich wieder so finden wie es auch vorher war ich persönlich finde das neue design besser als das alte es ist noch ein kostenloses es wird wahrscheinlich die pro version die tage dann aber sein weil ich einfach ein paar features noch brauche gerade ich brauche halt copyright das muss unten drin stehen das geht nicht anders aber ich denke mal das wird dann alles nach und nach dann kommen und ja ich hoffe euch gefällt das ich finde es wirklich sehr sehr übersichtlich gerade auf dem ipad sieht die seite überragend aus meiner nach es ist sehr sehr schön schlicht und einfach dezent gehalten es ist nicht irgendwie es ist mehr blog design es ist mehr wirklich man sieht diese beiträge auch und es ist nicht irgendwie wirklich so wie so eine so eine gaming seite wo alles überfrachtet ist und so das hat mir irgendwann auch nicht mehr gefallen ich muss sowieso durch die dsgvo letztes jahr ja eh vieles dann sowieso irgendwie entfernen ich überlege noch ob ich zumindest mein twitch dass ich twitch zumindest noch mal verlinke äh nicht twitch im twitter dass ihr seht was ich dann bei twitter like oder so aber auch das weiß ich nicht vielleicht lasse ich einfach die links da so stehen wie sie jetzt sind und mal schauen aber es ist glaube ich einfach wirklich eine gute sache das ganze es war unerwartet aber ich wollte es seit jahren sowieso ich wollte diesen 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 umzug schon lange und so passiert er jetzt eben auf die etwas andere arten weise was aber für mich auch in ordnung ist also ich hoffe man hört sich dann schon oder liest sich schon bald dann auf tobias pütter punkt eu das neue keilsportal punkt eu macht's gut und wir hören sich wir hören uns